Heute ist Montag, der 16. September 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute habe ich für euch wieder ein Kinder-Joy-Ei aus der Fast & Furious Collection. Und was da enthalten ist, ich bin gespannt, beim letzten Mal hatten wir ja eine Figur. Seid also gespannt, hier zum Wochenstart bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Los geht's ihr Lieben! Jeden Tag ein Ü-Ei Jeden Tag ein Ü-Ei Spielzeug aus der Fast & Furious Serie. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Wochenstart und wir sehen uns morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Bis morgen, ihr Lieben! Macht's gut! mac! Untertitelung des ZDF, 2020